Mückenstich Neben meinem Zimmer war heute Morgen ein Insekt, das hat mich ganz brutal aufgeweckt. Zuerst hat's mich nur eine Zeit lang geneckt, doch dann kam der Angriff ganz direkt. Auf meinen Nasen so ein Viech hat kein Respekt, nein. In der Regel bin ich tolerant, doch das Viech war wirklich penetrant. Da hat die Wut mich übermannt, gegen so ein Mücken bin ich doch eingegant. Und ich hau mit meiner Hand auf die Wand auf. Am Anfang war ich ganz schön entsetzt, doch zum Glück war die Hand nur leicht verletzt. Dann hab ich geschaut, wo ist denn die Mücken jetzt? Die hat sich überhaupt nicht abgehetzt, sondern einfach sich aufs Nachkastel gesetzt. Das ist so. Wie schon gesagt, bin ich eher labi. Mach gute Mini zum bösen Spiel. Doch was zu viel ist, das ist zu viel. Ich hab mein Luftwerk holt und laut und zieh. Fällt mein Lampen runter, Jugendstieh. Wenn ich ehrlich bin, das hätt's nicht brau. Jetzt ist mein Lampen hin und Hand verstaucht. Und auch die Mücken ist inzwischen untertaucht. Und jetzt am Schluss die Moral von der Geschichte. Und da schätze ich so eine kleine Mücken nicht. Jetzt noch mal zurückkommen. Danke schön. Danke schön.